Ja, herzlich willkommen, schönen guten Abend hier heute bei unserem Webinar. Mein Name ist Fabienne Lindner von der Capital Markets Academy und gemeinsam mit meiner Kollegin Edda Vogt werden wir Sie heute in den nächsten 45 Minuten bzw. in der nächsten Stunde, je nachdem, wie viele Fragen Sie auch haben und stellen, mit Ihnen gemeinsam den Abend verbringen. Das Webinar trägt den Titel So finden Sie den richtigen. Ja, es geht um ETFs. Sie gelten ja als transparent, flexibel und einfach, aber was es genau mit Ihnen auf sich hat, das wird Ihnen gleich Edda Vogt erklären. Wir werden das Webinar aufzeichnen. Sie bekommen die Aufzeichnung im Nachgang zugesendet. Ja, diese Woche steht alles so im Fokus ETFs. Wir feiern 20 Jahre ETFs bei der deutschen Börse. Wir hatten am Montag schon unser neues Webinar-Format Börse at Home durchgeführt mit Jessica Schwarzer, die uns schon eine kleine Einführung gegeben hat. Gestern wollten wir eigentlich am Börsenplatz ein Bellringing durchführen, was aber aufgrund der aktuellen Situation leider abgesagt werden musste. Und deswegen heute Abend ein langer ETF-Abend mit Edda Vogt, die nochmal ausführlich erklärt, was sind ETFs, wie finden Sie sie und wie ordern Sie sie? Also dann übergebe ich an dich, Edda. Wir starten nämlich mit einer Umfrage gleich an Sie. Wir möchten von Ihnen wissen, ob Sie bereits ein Depot haben. Da wäre schön, wenn einfach mal kurz eben Ja oder Nein angeben. Wenn Sie es nicht mehr wissen, haben wir in dem Fall als Möglichkeit weggelassen. Ja, ich komme noch ein paar rein. Das gibt es in der Tat. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass Leute eigentlich nicht mehr so genau wussten, ob sie ein Depot haben. Dann mache ich mal zu und zeige Ihnen auch die Ergebnisse. 78 Prozent von Ihnen haben schon ein Depot, 22 Prozent nicht. Gut, ich werde auch nachher ein bisschen was sagen dazu, weil das ein relevanter Faktor schon ist, wie man ein geeignetes Depot findet. Und dann haben wir direkt noch eine zweite Frage an Sie. Haben Sie schon ETFs in Ihrem Depot? Ja, wenn Sie ETFs haben, haben Sie auch ein Depot. Aktivieren Sie? Sagen Sie einfach Ja oder Nein? Ich gehe mal davon aus, wenn Sie welche haben, wissen Sie es. In dem Fall haben wir das Weißen nicht mehr gelassen. Wir sind auch schon fast fertig und ich schließe mal die Umfrage und zeige Ihnen auch allen die Ergebnisse. Wir sehen, okay, knapp halbe, halbe. Ich habe auch im Vorfeld schon ein paar Fragen bekommen. Da werde ich zum Teil darauf eingehen. Zum Teil passt es nicht ganz. Da werde ich gucken, dass ich morgen schriftlich antworte. Das habe ich heute leider nicht mehr geschafft. Und allen anderen fragen Sie, was das Zeug hält. Sie können alles unten eingeben und Fabian wird Dinge gleich beantworten, die sie beantworten kann. Ansonsten sagt sie die Fragen hier in das Webinar rein. Und wenn es in dem Augenblick im Fluss nicht so passt, am Schluss. Wir haben also genügend Zeit, weil wir sind, wie viele von Ihnen, ich habe fortgelesen, 20 Prozent zu Hause. So, also es geht jetzt in der nächsten Stunde um ETFs, Indexfonds. Ich werde erst mal so ein bisschen was sagen, was das ist, dass wir alle im selben Stand haben. Kurz was sagen über die Nachteile, Risiken, Chancen. Und dann wärmen wir uns so ein bisschen auf. Ein paar Worte dazu ganz kurz, weil das sprengt uns hier den Rahmen, auf was man achtet im Vorfeld. Und dann kommen wir zu den zehn Schritten, die eigentlich acht sind. Und auf das Zielgerade noch ein paar Tipps zum Schluss. 20 Jahre ETFs auf Xetra, exakt am 11. April. Losgegangen ist es mit zwei Stück. Am 11. April 2000. In den USA hat das viel früher angefangen, also Kanada, USA. Und erfunden hat Jack Bogle. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt einen Vortrag halten würde, würde ich fragen, wer kennt den? Der ist im Januar letzten Jahres gestorben. Und tatsächlich hat Warren Buffett, den kennen wahrscheinlich die meisten hier, der ist sogar mit der berühmteste Investor überhaupt mal gesagt, dass Jack Bogle das allermeiste für private Anleger getan hat, überhaupt je. Weil er hat ein Tool erfunden, ihn zur Verfügung gestellt. Und das war aus Bogle's Motivation, privaten Anlegern eben ein Tool zur Verfügung zu geben, Geld anzulegen in der Breite, wie es eigentlich sonst nur die professionellen Investoren konnten. Und deswegen finde ich auch so, es bedeuten Indexfonds, ETFs eigentlich, die durchgreifende Demokratisierung von Geldanlagen. Also die Möglichkeit für sie alle, das werden wir auch gleich im Detail noch besprechen, für sie alle möglichst risikoarm und chancenreich anzulegen. Und inzwischen haben das auch die Verbraucherzentralen eingesehen, die man erlangen auch gegen Aktien und gegen Aktienmarkt. Inzwischen empfehlen die auch ETFs. Gerd Kommer, vielleicht kennt den ein oder der andere von Ihnen, der hat relativ gute Bücher zum Thema geschrieben. Ein bisschen technisch, aber durchaus lesenswert. Und Morningstar ist auch noch eine ganz gute Informationsquelle. Das ist eine Ratingagentur und die befassen sich sehr, sehr viel, auch von einer neutralen Position heraus mit ETFs. Ich werde die nachher auch mal zitieren. Und zu guter Letzt, wer empfiehlt es noch? Jens Weidmann, Bundesbankpräsident. Der hat selber mal gesagt, er hat seine Geldanlage in zwei ETFs in seinem Bepo gelöst, mehr nicht. Wichtige Vorbemerkung, sollte man immer im Kopf haben, mit einem ETF, also Indexfonds, sind Sie Teil von einem Markt. Sie investieren in einen Markt, Sie sind Gehör dazu, Sie sind Teil wie alle anderen auch. Sie können ihn nie schlagen. Also sich das einfach nochmal bewusst machen. Es geht ums Dabeisein und nicht ums Bessersein. Gibt es noch einen anderen Investor, Peter Lynch, der hat mal gesagt, es geht nicht darum, den Markt zu timen, also geschickt zu kaufen und zu verkaufen, sondern es geht einfach darum, möglichst lange dabei zu sein. It's not about timing the market, but time in the market. Also Sie sind Teil und Sie können einfach nicht besser sein. Wenn es fällt, so wie jetzt, fallen Sie mit. Dass das nicht so schlimm ist, werden wir auch gleich noch sehen. Also ETFs, jetzt habe ich es schon so oft gesagt, viele sagen, geben uns auf das Feedback, der Begriff ist so ein bisschen, also steht für Exchange Traded Funds. In einer Studie von, vor kurzem zuvor, kennen viele den Begriff ja noch gar nicht. Das bedeutet, es ist börsengehandelte Indexfonds und das ist das viel Wichtigere. Sie sind direkt an einen Index gekoppelt. Also Stichwort hier ist passives Fondsmanagement, also passives Investieren. Ich sprich, ich bin Teil vom Markt, ich investiere in den Markt, ich bekomme Ausschüttungen, Dividenden oder Zinsen und mein Geld wächst langfristig mit dem Markt mit. Und dann noch ein wichtiger vierter Punkt, ich denke, das beschäftigt auch viele, ist es Sondervermögen. Das bedeutet, ich kaufe einen ETF-Anteil von einem Emittenten, in irgendeiner Bank und das Geld, was ich da rein investiere, in diesen Topf, in diesen Fondtopf, das geht auch zu einer dritten Bank, zu einer zweiten Bank, ich bin ja keine Bank, zu einer Depotbank und liegt da. Das heißt, wenn jetzt der Bank, die mir das anbietet, was passiert, wenn die Insolvent geht, wenn die in Schwierigkeiten bekommt, wenn einer die Kasse klaut, das hat mit meinem investierten Geld nichts zu tun, weil das liegt bei dieser Depotbank. Also ganz normales Fondsgesetz, das ist in Deutschland bei Fonds so, in ganz Europa, in der EU so und das ist relativ wichtig für Sie, da kommen wir am Schluss noch mal drauf, dass deswegen es auch nicht so wichtig ist, ob Sie den Emittenten kennen, ob das jetzt eine bekannte Bank ist oder ob Sie den Namen noch nie gehört haben, weil Sie investieren in Sondervermögen, das liegt woanders. drei grundlegende Erfolgsfaktoren, die sich jetzt durch die nächste halbe Stunde ziehen, die auch für Sie die Relevanten sind, möchte ich einfach mal vorweg schicken, weil ich da immer wieder jetzt darauf zurückkomme, eins ganz gravierendes ist Ihr Anlagehorizont. Gerade jetzt, 8. April 2020, Markt ist irgendwie schon wieder 30% im Plus, nachdem er am 16. März mal so spontan 10 insgesamt 30% verloren hat, 40% von den Höchstständen im Februar. Also es ist holprig. Wir haben momentan eine Volatilität, also eine Kursschwankungsbreite, also nach oben und nach unten, aufs Jahr von 50%, das sind 3-4% pro Tag nach oben und nach unten. Dieses Risiko, das ist ja das, was dahinter steht, das Anlagerisiko, das können Sie durch den Anlagehorizont, also durch den Blick, je weiter Sie Ihren Blick nach dem Horizont richten, ich gucke jetzt auch mal hier so ganz weit da raus, und umso kleiner wird tatsächlich an der Stelle Ihr Risiko. Das zeige ich gleich nochmal mit zwei Kuchen. Zweiter Punkt ist die Streuung. Sprich, wie viele verschiedene Wertpapiere haben Sie in Ihrem Portfolio, in Ihrer Geldanlage? Und eigentlich muss man von ganz oben denken, in was habe ich alles? Habe ich ein Haus? Habe ich da Sparguthaben? Habe ich hier ein Aktiendepot? Und gucken, dass das alles möglichst breit gestreut ist. Sprengt natürlich bei weitem jetzt diese Veranstaltung. Aber in unserem Indexfonds, in unserem ETF-Thema bedeutet es auch, wie viele Wertpapiere habe ich in meinem ETF? Habe ich ein ETF mit Aktien und einen mit Anleihen? Also Streuung geht auch über die verschiedenen Anlageklassen, also Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, Oldtimer, wenn das Investment ist, Kunst. Ja, das sind ja auch Anlageklassen. Aber wir sind jetzt hier mal bei den börsengehandelten Wertpapieren. Also wie breit streue ich? Und könnten wir jetzt vorrechnen, Fabian Lindner und ich, wie das Risiko runtergeht, wenn Sie 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene haben. Theoretisch, klar, alles immer die Theorie. Aber theoretisch geht Ihr Risiko gegen Null, wenn es breit genug streut. Also das ist einfach Anlagehorizont, also möglichst breit streuen. Und die Kosten ist der nächste Faktor. Und da werde ich relativ intensiv drauf eingehen. Das ist mal so kurz, ist ja klar, wenn Sie Kosten haben von 2% pro Jahr und Sie haben eine durchschnittliche Rendite von einem breit gestreuten Mischportfolio von 4, sind schon mal 2% weg von 4. Also Kosten. Das, jetzt muss ich mal kurz hier zumachen, das ist Punkt 1, Anlagehorizont. Ja, es steckt uns allen so, das schreckt noch ein bisschen in den Knochen. Und ich selbst, ehrlich, ich habe nicht geguckt. Natürlich sehe ich jeden Tag, was passiert. Ich kann es mir ausrechnen und denken, aber ich habe tatsächlich nicht auf meine persönliche in die Brust geguckt. Kann man machen, muss man nicht machen. Aber was Sie hier sehen, was dann beruhigt, ist der DAX. Und ich habe jetzt vorhin ein Verfolgung gemacht, November 82. Wenn Sie mal gucken, hier in der Mitte. Ja, ich bräuchte eine Maus. Ja, stimmt, ich habe ja eine Maus. Ich hoffe, Sie sehen die und nicht nur ich. Da sind ETFs erfunden worden und es war der neue Marktboom. Okay, dann ging es jetzt erst mal auch wieder runter. Aber dann ging es auch wieder hoch. Dann ging es wieder ein bisschen runter. Das war die Finanzkrise. Dann ging es hoch, 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 hoch. Und jetzt geht es erst mal wieder runter. Aber selbst wenn es jetzt hier nochmal runtergehen sollte, da sagen ja Leute, es könnte ja durchaus mal fallen bis 8. Tatsächlich langfristig gleichen sich diese Verluste auch wieder aus. Und es geht ja auch niemand hin und sagt, wir kaufen alle jetzt hier und müssen da verkaufen. Ja, sondern wir gucken jetzt mal ganz langfristig. Da gibt es jetzt noch eine andere Folie. Das ist das Renditedreieck vom DAI. Das sind jetzt nur DAX-Aktien drin. Das sieht jetzt erst mal so ein bisschen kompliziert aus. Ich versuche es zu erklären. Unten sind Zeitpunkte, an denen Sie verkaufen. Gucken wir erst mal hier auf die horizontale, vertikale Achse. Also die rechts. Da sehen Sie Jahre, in denen Sie hätten gekauft haben können. Und unten sehen Sie Jahre, in denen Sie hätten verkauft haben können. Und in den Kästchen können Sie sich für jeden Zeitraum der letzten 50 Jahre abtragen. In den Kästchen sehen Sie, was das pro Jahr bedeutet hätte an Rendite pro Jahr. Ja, wir sind jetzt hier, das ist ein bisschen klein bei mir auch. Ich hätte jetzt, Maus, wo bist du? 10 gekauft und hätte, ich kann es auch nicht so sehen. 2008 gekauft oder 2007 gekauft, das ist auch mal so ein Jahr. Und selbst wenn ich dann in der Krisenzeit 2014 schon verkauft hätte, hätte ich immer noch 2,8 Prozent gehabt pro Jahr. Okay, das ist jetzt je grüner, desto höher, je röter, desto größer der Verlust. Aber was Sie da halt sehen, ist, dass diese Verluste klammern sich so am Rand von diesem Dreieck. Das heißt, die Kurzzeitanlagezeiträume in den schlechten Phasen haben Sie überhaupt nur einen Minus. Und wir sagen, dass man so einen Anlagehorizont von 10, 11, 12 Jahren haben sollte, um diese Verluste auszusetzen. Markus Koch sagt, der aus New York, S&P 500, keine Phase, länger als 13 Jahre, war der auch ganz lange geguckt im Minus. Die Ehen gehen früher kaputt in der Mehrheit, sagt Markus Koch, das sei teurer. Also, hier in Dittetreich, dazu muss man natürlich wissen, das ist ein Vorkosten. Und, das ist auch noch wichtig, natürlich sind da die Dividenden drin, wir reden ja hier über den DAX. Das Ganze, wenn Sie das haben für andere Indizes, solche Vergleiche, müssten Sie immer gucken, ob die Dividenden drin sind oder nicht. Weil beim klassischen DAX, wie wir ihn kennen, sind die Dividenden mit einberechnetem Performance-Index. Okay, Faktor Nummer 2, also Anlagehorizont, weil Faktor Nummer 2 ist die Risikostreuung. Das habe ich eben schon erklärt, kommt zurück, wie auch die ETFs. Tatsächlich auch einen guten alten Markowitz. Der hat da auch einen Nobelpreis für gekriegt mit einem Sharp, der vom Sharp-Ratio, falls das jemand kennt. Und da geht es dann tatsächlich um diesen Ansatz der modernen Portfolio-Theorie, wenn man alle Eier in einen Korb tut und der fällt runter, dann sind sie kaputt. Okay, jetzt komme ich gleich mit einer Einschränkung, weil ich ja eben aus der E-Rendite-Dreieck gezeigt habe. Das sind hier die Branchen im DAX, das ist ein bisschen älter, das hat sich nicht stark verändert. Was ich damit einfach sagen will, wenn man diesen Faktor Diversifikation, also Streuung als Erfolgsfaktor für Vermögensaufbau nehmen will, als Kriterium, also quasi je breiter Sie streuen, umso weniger können Sie falsch machen. Haben Sie bitte im Kopf, das ist der DAX hier, der hat 30 große, größtenteils, lassen wir mal so Wirecard und so, außer acht, aber alte deutsche Unternehmen aus ein paar Branchen. Das sind hier nicht so viele und mit einem richtigen Branchenschwerpunkt. Und das heißt, das ist nicht sehr breit gestreut. Also jetzt ein DAX-ETF zu kaufen, das ist ein bisschen wenig. Für diesen Faktor Streuung. Wenn Sie dann auch einen Eurostoxx50 ETF dazunehmen, dann haben Sie gleich ein paar Sachen doppelt. Also das einfach im Hinterkopf behalten. Erfolgsfaktor Risikostreuung. Achten Sie bitte darauf, dass Sie nicht Klumpen da drin haben in einzelnen Branchen, Klumpen in einzelnen Ländern, also nur sogenannte Homebuyers nennen wir das. Man mag am liebsten deutsche Aktien. Starke Homebuyers. Oder was auch nicht nützlich ist, nur US-Werte oder so. Also, okay, der zweite Punkt, warum wir hier überhaupt über ETFs sprechen, der geht so ein bisschen in den Kostenfaktor rein. Weil, man könnte ja auch sagen, das, was ich bislang gesagt habe, Anlagehorizont und Streuung, das trifft ja auf alle Fonds zu. Also auch auf die klassischen Publikumsfonds. Von denen gibt es in Deutschland, ich glaube, 7000 gibt es schon immer. Ist eigentlich so das klassische Anlageinstrument. Weil es kommt ja, mein Hauptpunkt, Argument für ETFs, deswegen hören Sie hier jetzt wahrscheinlich auch zu, sind besser als Aktive, sagt man so. Dem gehe ich jetzt natürlich mal nach, also das will ich ein bisschen begründen. Ich habe hier eine Statistik, die ist von Standard & Push, das ist online, das können Sie sich angucken, kostenlos. Einfach diesen Link, wir schicken auch im Nachgang noch die Links. Und da sehen Sie, was die machen ist, die gehen hin und nehmen Fonds, bestimmtes Segment, bestimmter Zeitraum und vergleichen die mit ihrer Benchmark. Also jeder aktiv verwaltete Fonds, also die meisten haben eine Benchmark. Sie sagen, ich messe mich am S&P 500 oder ich messe mich hier in dem Fall jetzt an dem S&P Europe 350. Das sind die 350 größten börsennotierten Unternehmen in Europa drin. Und dann mit dem vergleiche ich mich. Und Standard & Push rechnet einfach aus, wie viele Fonds sind tatsächlich besser als ihre Benchmark. Und rauskommt, in dem Fall heißt das, 77% sind nicht besser als ihre Benchmark. Das heißt, sie sind nur 23% besser. Fünf Jahre, drei Jahre, 82%, die nicht besser sind. Und auf ein Jahressicht schaffen es nur 10%. Das ist das, worum man sagt, ETFs seien einfach besser als aktiv verwaltete Fonds. Ich finde die Erklärung auch gar nicht so, ich finde das auch gut nachvollziehbar. Einfach überlegen, wir sind, das ist alles gut für Sie, ja, unheimlich transparent inzwischen hier in den Märkten, in den Informationen, in den Nachrichten. Jeder hat jede Info immer gleich, wenn er das haben will. Jeder, jede kann sofort irgendwas tun, handeln. Das ist alles ganz fix, ganz transparent. Zugänge sind ganz niederschwellig geworden. Wie soll da einer besser sein vor Management? Wie sollen die in der Lage sein, jetzt irgendwie den Gesamtmarkt zu schlagen? Das kann man irgendwie nachvollziehen. Der zweite Faktor, jetzt sind wir wieder bei den Kosten. Ja, klar. Da sind nämlich, in dem Fall, sind die Kosten drin bei den aktiv verwalteten Fonds. Bei den Benchmarks nicht. Gleich für den Hinterkopf, löse ich gleich auf, weil logische Frage, kann man das miteinander vergleichen? Ja, kann man trotzdem miteinander vergleichen. Also höhere Kosten und trotzdem wenig, geringe Chance, besser zu sein. Aber jetzt kommt gleich die Einschränkung. Das gilt so nicht immer. Jetzt ist hier nochmal eine andere Statistik. Die ist von Morningstar. Das finden Sie auch bei denen auf der Internetseite. Die machen das auch für verschiedene Kategorien und verschiedene Zeiträume. Sieht jetzt schon nicht mehr so schlecht aus. Ich habe vorhin eine gefunden. Das ist jetzt, habe ich die leider nicht ausgetauscht. Da waren wir bei asiatischen Aktien ohne Japan. Erfolg ein Jahr. Irgendwie waren 70 Prozent der Fonds besser als die ETF. Das Gute an der Morningstar-Statistik, da sind, die kosten bei den, also die vergleichen ETFs mit Fonds, mit Publikumfonds, also aktiv verwalteten Fonds. Und deswegen sind an der Stelle die Kosten bei den ETFs auch drin. Immerhin, sie haben immer noch einen großen, sehen, die meisten Felder sind rot. Ja, und rot heißt hier, 15 Jahre, von denen, die noch übrig sind, große, weltweite Aktien, sieben Prozent der aktiven Fonds sind besser als die ETFs, sind 93 Prozent der ETFs besser. Problem Kosten. Ja, also zum einen Transparenz. Wie kann ich das noch? Und zum anderen Kosten. Also ich will hier auf gar keinen Fall aktiv verwaltete Fonds schlechtreden. Es ist auch diese Frage, sollte man sich immer stellen. Ich sag mal, deutsche Nebenwerte, gutes Fondsmanagement, wunderbar. Die kriegen das deutlich besser hin als ein Markt, also als ein ETF, als ein Index-Tracker. Die haben aber eine Chance zu verkaufen, wenn sie glauben, dass sie, dass es besser ist. Sie können Risiken ein bisschen besser managen. Das Problem ist halt einfach, man muss sie finden. Also man muss die Fonds finden, die besser sind und dann muss man auch noch mitkriegen, wenn das Fondsmanagement wechselt, weil das hängt oft an einzelnen Personen. Also Faktor Kosten. Deswegen reden wir jetzt mal, ich gucke mal, wie lange ich schon rede, wie ich nicht zu ausschweifend werde. Ich rede jetzt mal kurz über Kosten. Also es gibt zwei laufende Faktoren, nämlich die Depotkosten. Also wenn Sie für Ihr Depot schon ein Prozent pro Jahr zahlen, das gibt es. Weg von der Rendite. Dann haben Sie bei Fonds so eine Gesamtkostenquote. Da unten diese großen blauen Zahlen, das ist 1,5, sind alle aktiv verwalteten Aktienfonds in Deutschland. Das ist der Durchschnitt. Das ist vom BVI, also von dem Verband der Emittentenzahl. Die 1,2 sind alle aktiv verwalteten Fonds in Deutschland. Und 0,4 ist die Zahl der Kosten pro Jahr, alles pro Jahr für alle ETFs. Das habe ich selber ausgerechnet, Strich drunter durch die Anzahl geteilt. Und 0,19 ist ein ganz bekannter MSCI World, also weltweit streuender ETFs pro Jahr. Und da sehen Sie schon mal dieser Unterschied von da oben bis da unten. Und es gibt inzwischen auch ETFs, die an der Null-Linie rumschrappen, die noch günstiger sind. Und Amundi war das, glaube ich, hat gesagt, sie wollen zu Nullkosten ETFs anbieten. Jetzt fragen Sie sich, warum machen die das? Wie verdienen die Geld? Wichtigste Frage. In der Tat glauben die, dass sie durch den Handel, durch Geschick beim Handel, durch, die müssen die Handeln, die müssen umschichten, durch Werbpapierlei etc. ihre Kosten tragen können. Und jetzt kommen wir wieder zu einem weiteren Vorteil von Ihnen. Die sind in einem unheiligen Wettbewerb miteinander, die ETF-Anbieter im Moment. Sprich, die machen einen Preiswettbewerb. Da gibt es auch, das kann man auch mal gucken, da gibt es zum Beispiel, alle Großen haben so ein paar Flagships, Flagship, 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 erste Schiff ETFs. Die machen sie ganz, ganz günstig und sobald man was Spezielleres haben will, wird sie ein bisschen teurer. Aber wir reden jetzt hier über 0,4, 0,5 Prozent. Und es gibt auch ein paar Themen, ETFs, das kann man auch nachvollziehen, die müssen ziemlich viel recherchieren. Also so ein Cannabis, Medizinische Cannabis ETF oder IT Security ETF, die sind auch wieder teurer in ihrer Management Fee, weil da sind auch ein paar, da sind auch ein paar Mehrkosten drin. Also ETFs sind günstig, Massengeschäft, gut skalierbar niedrige Kosten und weg. Also wir nehmen noch mal mit, das stimmt, das war jetzt hier verrutscht. Wir nehmen mit, aktives Management ist nicht immer besser, Kosten sind wichtig. Ah, genau, ich habe die anderen Kosten unten vergessen, weil da gehen wir gleich noch ein bisschen mehr ein. Also wir haben natürlich auch noch die Bankspesen, wenn Sie ein ETF kaufen, 5 Euro flat im Moment, die günstigsten. Also Online-Banken, dann haben Sie Orderkosten, das ist das, wenn Sie das über die Börse machen zum Beispiel, dann kommt eine Börsengebühr dazu. Sie haben indirekte Orderkosten, das finde ich auch nicht unwichtig. Sie haben eine Handelsspanne, ja, und es ist tatsächlich so, dass Plattformen Ihnen gerne nur eine Seite zeigen, damit Sie gar nicht sehen, dass da eine Spanne dazwischen ist. Also die Spanne zwischen dem Preis zum Verkauf, das ist der linke, und aus Ihrer Sicht jetzt, und der Preis zum Kauf, ja, da kann da was dazwischen sein. Je mehr gehandelt wird, je liquider, je flüssiger der Handel auf einer Plattform, je fairer der Preis, umso kleiner ist diese Spanne, weil diese Spanne ist für Sie Kosten. Ja, das müssen Sie einfach im Kopf haben. Wenn Sie ja schon mal eine Spanne haben beim Kauf von einem halben Prozent, dann ist das ein halbes Prozent. Okay, wenn Sie in zehn Jahren halten, dann verläuft sich das vielleicht irgendwann oder 20 oder 30, aber trotzdem. Es gibt so eine, ich hätte es mal aufschreiben, ich schreibe es das nächste Mal auf, es gibt so eine Faustformel, man sagt, für eine Transaktion, für einen Kauf, Verkauf, nicht mehr als ein Prozent kosten. Alles drüber lohnt nicht. Okay, nächster Faktor ist Steuern, klar, alles, was Sie realisieren an Gewinne, also ausgeschüttete Dividenden, ausgeschüttete Steuern, oder aber Gewinn bei Verkauf, klar, da zahlen Sie eine Abschlagsteuer drauf, plus Solidaritätszuschlag, plus Kirchensteuer. Da könnten wir kurz eine Pause machen, bevor es weitergeht, grundsätzlich noch mal die Frage klären, was sind ETPs und was sind ETCs? Also ich glaube, das ist für das Plenum ganz interessant, wenn wir die Frage noch mal klären. Sehr wichtig, ich gehe auch mal kurz aus dem Bild und hole ein Wasser. Neben mich zu stellen. Sie fragen ja schon fleißig, stellen Sie gerne weiterhin Fragen, entweder beantworte ich die direkt, oder wenn es für das Plenum interessant ist, stellen wir die dann laut. Ja, super. Schön, also schön, wenn Sie fragen, das gibt uns auch das Gefühl, dass es Sinn macht, was wir hier tun. Also ETFs, Exchange Traded Funds, Fonds, Sondervermögen, und da hat sich jetzt in letzter Zeit was entwickelt, also aus letzter Zeit, ich glaube, vor zehn Jahren gab es die ersten ETCs. Das sind Verbriefungen, zertifikate rechtlich, die an Rohstoffe gekoppelt sind. Das hat sich bei uns so durchgesetzt, dass alles, wenn da ein Rohstoff dahinter steht, also wenn der Preis von einem Rohstoff verfolgt wird, abgebildet wird, dann ist es ein ETC. Das ist nach deutschem Fondsrecht, das gibt zum Beispiel in der Schweiz ein Silber-ETF, in den USA gibt es auch solche Sachen, dass nach europäischem Fondsrecht, EU, EU, Schweiz ist ja Europa, aber EU-Fondsrecht, müssen mindestens fünf Wertpapier, fünf oder zehn, jetzt weiß ich es gerade, ich meine zehn sogar, also es darf nicht nur ein Wertpapier oder eine Anlageklasse in einem Fonds sein. Und deswegen geht es bei uns nur über so Verbriefungen, das sind Zertifikate, sprich, logisch, sie haben ein Emittentenrisiko, weil es ja kein Sondervermögen ist, weil das viele Leute nicht möchten, haben die inzwischen, gehen die Emittenten hin und besichern die. Sprich, sie tun das entweder physisch hinterlegen irgendwo, das liegt dann da, soweit beim Goldbrillen ist es so, dass da Nummern sogar drauf sind, oder aber es liegt zum Beispiel bei Citragold, es liegt im Tresor und die Firma macht sonst nichts, sie haben dann eigentlich ein Anrecht auf dieses Gold, logisch, ja, oder aber sie haben Treuhändervereinbarungen mit anderen, also die da dann haften quasi. Klar, die muss man dann auch kennen, die Treuhänder, aber jedenfalls, das sind die ETCs, Commodities. Dritte Klasse, ETPs ist der Sammelbegriff für alle, Exchange Traded Products und wir sagen zu den ETCs, also zu den Exchange Traded Commodities und zu den ETCs, Exchange Traded Nodes, sagen wir ETPs und diese Nodes, sind auch Verbriefungen und die gibt es vor allen Dingen auf Devisen, also auf Devisenpaare, man hat ja immer, man handelt eine Währung immer als Paar, Euro-Dollar oder Dollar-Yen oder norwegische Kronen-Yen, die verfolgen einfach dieses Wechselkursverhältnis zwischen diesen beiden Währungen und das sind auch Zertifikate auf diese Wechselkurse. Und dann gibt es auch noch Volatilität zum Beispiel als Anlagemöglichkeit oder einfach Dinge, die sonst nicht gingen, ja, das ist der Sinn von ETNs. Das gilt dasselbe über das Emittentenrisiko, was ich gesagt habe, die gibt es besichert oder unbesichert. Ich hoffe, ich habe damit die Frage beantwortet. Vielen Dank, dann gibt es noch eine vom Thema Kosten, bevor wir weitermachen. Die Frage, ob es bei ETFs auch Ausgabeaufschläge gibt. Ah, der Marion hat den Ausgabeaufschlägen. Nein, die gibt es nicht. Und das gibt die meiner Ansicht nach, auch bei aktiv verwalteten Fonds sollte es die nicht mehr geben. Also bei den anderen Veranstaltungen, wir machen ein bisschen mehr für Einsteiger, bei jemandem tatsächlich 2020 sollte niemand mehr einen Ausgabeaufschlag bezahlen. Also bei ETFs gibt es die sowieso nicht und wenn es Ihnen einer erzählt, das ist Unsinn. Aber auch aktiv verwaltete Fonds, weil es ist eine reine Vertriebsgebühr. Und wenn Sie als Selbstentscheiderin oder Selbstentscheider, Sie finden auch immer Wege, diesen Ausgabeaufschlag zu vermeiden. Das gibt dann auch Discount-Plattformen. Sie können das immer bei der Börse kaufen. Also nicht immer, weil es gibt nur knapp 3000 Fonds im Börsenhandel. Aber es gibt auch andere Plattformen, die diese Ausgabeaufschläge vermeiden. Also man muss das heute nicht mehr zahlen. Ich hoffe, ich habe das damit beantwortet. Danke, ja. Okay, gut. Eins noch vorweg, bevor wir weitergehen mit den ETFs, wie man dazu kommt. Überlegen Sie sich bei allem, was will der oder was will Sie mir da jetzt erzählen? Das finde ich immer noch mal ganz wichtig. Was ist der, gerade wenn man sich nicht so sicher fühlt in einem Thema, einfach mal kurz überlegen, warum erzählt der mir das? Das ist genau das, was wir mit den Ausgabeaufschlägen. Warum sollte ich den bezahlen? Einfach mal kurz drüber nachdenken. Okay, Startblock sind soweit. Grundlagen gelegt. Sie müssen sich immer überlegen, was ist Ihr Anlagehorizont? Wie viel Cash brauchen Sie wann? Weil, klar, die erfolgreiche Geldanlage in Aktien hat damit zu tun, dass Sie viel Zeit haben. Vielleicht, im schlimmsten Fall. Es würde jetzt streng, da auf dieses Thema des Vermögensaufbaus jetzt hier einzugehen. Da machen wir andere Veranstaltungen zu. Wenn Sie da Fragen haben, bitte einfach reinkippen. Wir gucken auch, dass wir unser Angebot danach ausrichten, was da auch für Fragen da sind. Also, wie viel Risiko möchten Sie eingehen? Das ist auch nochmal ein separates Thema. Das hat ein bisschen was damit zu tun. Kaufe ich jetzt zum Beispiel eine Anleihe, die 7% Zinsen zahlt, habe ich ein recht hohes Risiko, dass die ausfällt. Das ist so, das weiß ich. Sonst würden die nicht 7% Zinsen zahlen. Will ich das wirklich riskieren? Will ich diese 3.000 Euro da reinstecken für 7% von 3.000 Euro nominal pro Jahr? Für sehr hohe Ausfallwahrscheinlichkeit. Das muss man sich einfach mal kurz überlegen. Kann ich das auch ertragen wie jetzt? Schaffe ich das da wegzugucken? Da gibt es aber auch Techniken, wie man damit umgehen kann. Mit den Kursschwankungen. Und dann die Grundfrage, wie verteile ich das sinnvollerweise auf der Meta-Ebene, was ich vorher gesagt habe. Die vierte Frage ist tatsächlich, wie viel Zeit möchte ich in das Thema investieren? Also bei der Ansicht, dass es reicht, wenn man langfristig Vermögen aufbaut und sich einmal dies überlegt hat, was habe ich so wo, dass man dann eigentlich reicht, völlig einmal im Jahr das zu überdenken. Das ist dann so die Minimum-Variante. Da hat man dann so zwei, drei ETFs in einem Depot. Kann man machen. Ja, reicht. Finde ich. Finden andere auch. Und einmal im Jahr überprüft man das nochmal. Wenn wir in einer Auf-Hosse-Phase sind, wie die letzten zehn Jahre, bis eben vor kurzem, dann reicht das auch alle paar Jahre. Dann denkt man nochmal kurz drüber nach, ob die eigenen Ziele reichen und so weiter. Wenn man natürlich jetzt anfängt, aktive Sachen zu machen, wenn Sie jetzt einen Short-ETF kaufen, dann müssen Sie sich sofort mit beschäftigen und ständig. Also das ist einfach so eine Grundfrage. Dann brauchen Sie ein Depot. Vorhin haben wir gefragt, 20 Prozent haben es noch nicht. Dann machen Sie ein Depot auf. Dann gehen Sie auf eine der Depot-Vergleichsseiten. Das hier ist ein Screenshot von vorhin. Das ist brockervergleich.de. Es gibt ein paar, die sind unabhängig. Nicht alle, aber viele sind unabhängig. Just-ETF hat ein Depot-Vergleich, Extra-ETF. Jetzt sind wir im ETF-Bereich. Dieser Brocker-Vergleich, Brocker-TS-Test. Da gibt es ein paar mehr. Stiftung Warentest macht das übrigens auch. Und Finanztipp. Und jetzt hier, was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe ein Screenshot gezogen. Ich habe alle Werbung ausgeschnitten. Immer im Kopf haben. Cool, Bruno. Da ist Werbung. Also wenn die sagen, die empfehlen Ihnen das, dann liegt das meist daran, außer Finanztipp, Stiftung Warentest. Bei den anderen liegt es meist daran, dass die dafür Geld bekommen. Also nehmen Sie einfach nur mal die puren Zahlen. Jetzt habe ich, gucken Sie auf die graue Spalte. Dann sehen Sie hier Kosten pro Jahr. Es gibt auch keine Depot-Kosten mehr. Ja, das können Sie auch drauf verzichten. Also quasi, dass Sie pro Jahr so und so viel Prozent zahlen. Achtung, Fladex führt das jetzt gerade wieder ein. Und das ist auch so eine persönliche Entscheidung. Will ich, das habe ich einen Service, will ich den bezahlen? Dann ist klar, dann ist das Geld auch wert. Aber wenn Sie sagen, ich möchte das so günstig wie möglich machen, ich habe nur Sparraten von 50 Euro pro Monat, dann achten Sie auf sowas. Und dann können Sie hier gucken, dann sehen Sie, das ist einfach, ich habe zugrunde gelegt, es sind nicht die 20 Käufe, sondern ich habe das vorhin gewechselt, das hätte ich anpassen müssen. Ich meine 10. 10 oder so Käufe pro Jahr, pro Order 92, 8 kann man einfach ausrechnen, 28, ja. Und dann zahlen Sie bei DIGIRO 2,90 Euro pro Orderkauf. Kommt 23 Euro bei 8 Order pro Jahr. Smart Brocker wird da unten noch ein bisschen billiger, ein bisschen teurer und Cup Trader und dann kommt die Investabank mit 5 Euro flat. Pro Order. Da muss man aber dazu wissen, wir sind jetzt bei dem billigsten von den günstigen, ja. Da muss man dazu wissen, dass jetzt, als es ganz hektisch wurde, am 16. März war DIGIRO eine Weile nicht erreichbar, auch der Smart Brocker nicht. Ging alles durch die Medien. Von anderen weiß ich nicht so. Aber das ist tatsächlich, also je kleiner oder je günstiger, natürlich umso kleiner ist auch der Service. Das sollten Sie einfach wissen. DIGIRO selber, die Order-Maske, ich finde die extrem schwierig. Ich kenne mich gut aus, ich komme zurecht. Wenn Sie sich nicht so auskennen, probieren Sie es einfach aus. Das Schöne, und jetzt bin ich auch gleich fertig mit meinen Depots, das Schöne ist, es kostet nichts, den wieder zu wechseln. Dann müssen Sie einen Depotübertrag machen, das ist kostenlos. Und dann sagen Sie, ich habe den ausprobiert, das gefällt mir nicht. Zack, weg mit dem Geld. Und das, was wir hier sehen und alle anderen Tests, das ist wirklich jetzt nur die Top-Liste. Das ist purer Zufall, dass die da stehen. Die fallen alle unter das europäische Anlagegesetz, also um die 100.000 Anlagensicherung. Und E-ETF, Sondervermögen, ist eh woanders. Sparplan, drei Wörter über Sparplan. Das Schöne an Sparplänen ist, kleine Beträge, es geht ab 25 Euro. Da, genau da müssen Sie sehr auf die Kosten aufpassen. Ich, diesen sogenannten Kosten, Durchschnittskosteneffekt, das quasi mit den, dass es dann besser wäre, über Sparplan anzulegen, das ist statistisch nicht klar. Also das ist nicht bewiesen, das kann man nicht nachweisen. Aber das hat natürlich jetzt, pro Sparplan, es diszipliniert Sie unheimlich. Sie fragen sich im Moment nicht, will ich was kaufen, sondern lassen Sie einfach Ihren Sparplan weiterlaufen. Und es geht einfach weg. Die Claudia Müller gibt immer so den Tipp, am ersten Tag, nachdem, wenn man Gehalt bezieht, das Gehalt auf dem Konto ist, raus. Dann sehe ich das gar nicht mehr. Dann geht das weg in den Sparplan. Das ist nicht die dümmste Empfehlung. Also das ist pro Sparplan. Aber jetzt zu den Kosten, da müssen Sie wirklich aufpassen. Wenn Sie jetzt diese 25 Euro haben, dann können Sie da nicht 1,5 Prozent Kosten drauf bezahlen. Und leider, da habe ich vorhin auch gedacht, ich würde es auf einen Blick sehen, habe ich das nicht. Nicht alle rechnen prozentual ab. Also wenn Sie zum Beispiel, Sie machen bei der Kommt direkt einen Sparplan, dann ist es in der Tat so, dass Sie diese 1,5 Prozent nehmen. Ne, die nehmen, das weiß ich jetzt gar nicht. Ach Mist. Ich meine, die nehmen die 1,50 Euro. Oh, sehen Sie, jetzt fange ich selber drauf. Weil ich es einfach nicht im Kopf habe. Müsste ich jetzt nachgucken. Also immer gucken, das darf kein absoluter Betrag sein, sondern es muss ein Prozentbetrag sein. Da ist Finvesto da unschlagbar. Was die für stecken, dass Sie 15 Euro nehmen pro Jahr pro Sparplan und nur ein ETF pro Sparplan. Es ist immer noch, man findet es aber mühselig, also immer noch der günstigste. Also diese 1-Prozent-Regel, wenn Sie eine Rate haben pro Transaktion, sollten Sie nicht mehr als diese 1 Prozent bezahlen. Dann sollten Sie gucken, dass Sie das nicht absolut haben. Also dieser 1 Euro fällt ganz schön ins Gewicht, wenn Sie bei der Onvista Bank sind und zahlen diesen 1 Euro und Sie haben nur 25 Euro. Also das einfach mal so ein bisschen miteinander vergleichen. Und wie gesagt, auch Sparpläne, wichtig zu wissen bei Sparplänen, weil eben hier 20 Prozent noch kein Depot haben, das gehört ja Ihnen. Das ist ja nicht so wie ein Vertrag. Sie nehmen das ja nicht, also Sie nehmen einfach Ihre Wertpapiere, wenn Sie den Sparplan auflösen, verkaufen die entweder oder Sie nehmen sie mit auf das nächste Depot. Ach, und noch ein Tipp bei, ach nee, machen wir nachher bei der Suche. Und dann jetzt nochmal zwei Sätze zu Robo-Advisern, weil das kommt eigentlich auch immer. Im Robo-Advisor ist eigentlich nichts anderes, aber da gibt es auch die Bandbreite von Kirion, ganz simpel, bis hin zu, wie heißen sie, von Dr. Jens Erhardt-Capital. Wie heißt er? Solid. Die machen tatsächlich aktive Aktienbewertung verpackt in einen Robo-Advisor. Ist nicht verkehrt, weil, keine Ahnung, das will ich damit nicht sagen, aber das ist halt die Bandbreite. Und eigentlich, was diese Robo-Advisor vor allen Dingen machen, ist, die machen eine Rebalancing von ihrem Depot. Also sie sagen einfach, was sie für eine Erwartung haben und was sie für einen Risikohorizont haben und was sie für einen Anlagehorizont haben und was sie für eine Risikotoleranz haben. Und dann spauen die das so zusammen und das kostet halt auch. Und deswegen Kosten, da bin ich gerade. Ich weiß, bei Kirion ist bis 10.000, glaube ich, kostenfrei und danach kostet es unter einem Prozent. Auch Weltsparen ist unter einem Prozent. Also, aber rechnen Sie mal im Endeffekt, einfach wollen Sie diesen Luxus sich gönnen, dass jemand das selber für Sie übernimmt, das zusammenbauen. Dann ist es Ihnen das wert und schlagen Sie das auf die Gesamtkosten. Weil wenn Sie jetzt fürs Depot jetzt noch was bezahlen, da wieder noch was bezahlen. Ah ja, aber ganz wichtig, bei den Robo-Advisern zahlen Sie für die Umschichtung nicht. Also diese Ordergebühren, die Sie haben, wenn Sie selber sagen, oh, jetzt kaufe ich nochmal zwei Aktien nach und verkaufe wieder Anleihen oder andersrum, die haben Sie natürlich dann. Und letzter Punkt dazu, das ändert sich alles ständig. Das war so eine Momentaufnahme im Februar beim Vortrag hier vor Ort. Da habe ich einfach mal nur eine News-Seite genommen. Ich glaube, das ist Just ETF oder Exit, ich weiß gar nicht mehr. Das waren die News in der Reihenfolge, wie sie da kamen. Das habe ich nicht zusammengestellt. Schafft ab, nimmt jetzt doch Geld. Also diese, was ich am Anfang gesagt habe, Sie sollten sich überlegen, wie viel Zeit Sie investieren wollen. Es gibt Menschen, die sind gern Pfennigfuchser, meine ich auch überhaupt nicht negativ. Das Wort ist ein bisschen negativ. Die gucken gerne, wo ist es am günstigsten und investieren da gerne Zeit und Geld rein. Aufwand. Andere wiederum nicht so. Also das sollte man einfach im Kopf haben. Das kann sich auch alles permanent ändern. Die Vergleichsadressen bekommen Sie mit. Und jetzt kommen wir zu den acht Schritten sind es eigentlich. Also, weil wir haben uns nämlich aufgewärmt, das wissen wir. Genau, dann machen wir noch mal eine kurze Fragepause. Wir als Börse werden gefragt, was wir denn vom Broker Trade Republic halten. Das passt ganz gut in den Blog von eben. Ja, da wollte ich am Schluss noch mal was zu sagen. Darf ich das vertragen? Ja, dann vertragen wir das gerne. Ich werde noch was zu Plattformen sagen, weil ich möchte noch ein bisschen was erklären, darüber wie die funktionieren. Wunderbar. Okay, dann also Schritt zwei. Wählen Sie eine Anlageklasse. Da habe ich auch schon drüber gesprochen. Also sagen Sie jetzt Aktien oder Anleihen. Jetzt bleiben wir mal in dem Universum. Wir starten mit 1500. Also ich nenne das immer die Gauchsche. Nicht Gauss, sondern der Gauch. Mit seinem Wer wird Millionär. Ja, Deduktion. Einfach überlegen, 1500 ist schon wieder ganz schön viel. Wähle ich eine Anlageklasse. Jetzt sage ich Aktien, habe ich nur noch 1000. Okay, ist immer noch viel, aber viel Erdbeermarmelade, wo man sich ein Glas aussuchen muss. Aber trotzdem habe ich schon mal 500 weg. Da wähle ich Schritt drei in den Markt. Mit Markt will ich sagen, oh, deutsche Aktien? Das ist auch europäische Aktien. Glauben Sie an die USA? S&P 500? 500 US-amerikanische Werte? Oder wollen Sie so weit diversifizieren, so weit streuen, wie nur geht? Da sind wir jetzt beim MSCI World Oil Countries oder beim Putsi Oil Countries. Da sind 3500 Aktien drin. Also das ist einfach so diese Geschichte. Wählen Sie einen Markt, also weltweit, Land. Sie können auch sagen, Branche. Sie glauben an den Fortschritt oder die Notwendigkeit von Internetsicherheit, von IT Security. Gibt es ein Branchen-ETF zu? Oder Wasser oder alt werdende Leute. Branchen, die davon profitieren, dass die Leute alt werden. Also das heißt, ich habe jetzt schon unheimlich viel weniger. Ja, wenn ich jetzt das jetzt über den Branchen-ETF gemacht hätte, da sind es nur zwei. Da habe ich aus diesen 1000 Aktien-ETFs auf einmal zwei gemacht. Dann breiter Index, so ein spezielles Thema. Das geht so ein bisschen in die Nähe von dem Punkt drei. Aber jetzt nehmen wir mal an, Sie sagen, Sie wollen in Europa investieren. Wollen Sie das möglichst breit machen? Wollen Sie 3.500 Aktien haben oder wollen Sie sich fokussieren auf den Eurostoxx 50? Das meine ich mit breiter Index oder ein spezielles Thema. Also wenn der langfristige Horizont für Sie das Wichtigste ist, dann sagt man eigentlich, umso breiter, umso besser. Weil je breiter, desto eher kriegen Sie das Risiko daraus. Spezielle Themen sind immer chancenreicher und damit aber auch riskanter, volatiler. Das kann man sich anschauen. Schauen Sie sich mal an, den Verlauf von der, was nennt man jetzt, alternative Windenergien zum Beispiel. Über ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte können Sie sich einfach anschauen. Schauen Sie sich entsprechend ein ETF an, wie das sich entwickelt hat. Oder nehmen Sie einen Branchenindex, dann können Sie sich das mal selber anschauen. Die schwanken ganz anders. Die gehen aber auch mal so oder die gehen auch mal so. Also mehr Chancen, mehr Risiko. Jetzt sind wir schon ganz dünn. Also wenn wir das Ganze jetzt gemacht hätten für den MSCI World und den FUZI All Countries, also so ein paar globale, hätte ich jetzt nur noch 40. Dann die nächste Frage. Thesaurieren oder ausschütten? Das ist die Frage nach der Ertragsverwendung. Also was macht der ETF mit dem Geld, was in den reinfließt? Behält er das und reinvestiert das dann quasi automatisch oder schüttet er die Dividenden oder die Zinsen aus? In der Regel ist das vier Termine pro Jahr. Dann bekommen Sie viermal im Jahr was ausgezahlt. Vorteil, ganz persönliche Entscheidung. Ja, so auf die Rendite wirkt sich das nicht aus. Aber persönliche Entscheidung. Freuen Sie sich drüber, wenn Sie extra Geld kriegen? Oder wissen Sie, Sie geben es aus. Dann wollen Sie es lieber gleich anlegen. Ein einziger Nachteil ist, Steuern müssen Sie gleich zahlen auf die Ausschüttung. Das ist auch eine Bemerkung am Rande. Und wir empfehlen eigentlich, wenn Sie langfristig denken und nicht selbst das Geld wieder anlegen wollen, ständig, dann nehmen Sie was Thesaurierendes, weil die natürlich den Vorteil haben, dass sie auch diesen, ich nenne es jetzt mal Zinsseffekt, also das heißt, das Geld wird gleich wieder angelegt und deswegen steigt Ihre Rendite so. Das gilt natürlich auch für Dividenden. Da gibt es kein Wort für. Oder wenn einer ein Wort hat, bitte an die Fabienne schicken. Der Dividenden-Dividenden-Effekt oder so. Also, das ist die Grundfrage, Thesaurieren oder Ausschütten. Manchmal gibt es Themen überhaupt nicht in der einen oder anderen Form. Und dann entscheidet sich das von selbst. Also, wenn Sie eine bestimmte Idee haben, was Sie investieren wollen, und dann kann es sein, dass es auch nur eine von den beiden Varianten gibt, dann müssen Sie so mal einen Schritt zurückgehen. Dann, ach so, kommen wir an dieser Stelle genau auf einen Punkt. Ich bin nämlich gefragt worden, wie entstehen überhaupt die Preise? Soll ich nicht vielleicht einen ETF kaufen, der billig ist? Die Preise von einem ETF, die entstehen auch nicht nach Angebot und Nachfrage, sondern Sie müssen sich das so vorstellen, und deswegen passt das hier an diesem Thema, an diesem Punkt genau, das ist ein Topf, alle zahlen da ein. Und wenn Sie jetzt einen Anteil kaufen, wird ein Anteil ausgegeben. Das heißt, es gibt eine bestimmte Anzahl an Anteilen, die im Umlauf sind. Und es gibt eine Summe, die in diesem Topf ist. Das ist das verwaltete Vermögen, die Assets Under Management. Und wenn ich jetzt sage, wir haben, was weiß ich, wir haben eine Million verwaltetes Vermögen und wir haben 100.000 Anteile, dann ist logischerweise jeder Anteil in dem Augenblick 10 Euro wert. Aber dieser Wert von dem verwalteten Vermögen, da sind ja Wertpapiere drin. Das richtet sich nach den Wertpapieren, die da drin sind. Der steigt ja, die steigen ja. Lassen wir mal alles konstant, die steigen und fallen mit den Preisen von diesen Wertpapieren. Sprich, dieser Topf steigt und fällt, aber es sind immer noch diese 100.000 Anteile. Also steigt und fällt, der Wert Ihres Anteils steigt mit den Wertpapieren im Portfolio, im Fonds, im Topf. Und deswegen hängen die Preise wirklich von den Wertpapieren da drin ab und nicht, wie viele den jetzt nachfragen oder wie viele den jetzt abgeben. Es gibt da einen Market Maker, der macht permanent neue Anteile und kauft dafür die Wertpapiere. Jetzt sind wir beim nächsten Thema. In der Regel kauft er dafür die Wertpapiere. Nächster Schritt ist, wie wird der Index abgebildet? Werden die gekauft? Voll replizierend heißt das. Also kaufe ich die 30 DAX-Aktien in der Gewichtung, in der der DAX zusammengesetzt ist, oder aber, auch eine Möglichkeit, kaufe ich nur einen Teil, nur die großen, das nennt man dann teilreplizierend oder optimiert, hat einen Vorteil, stellen Sie sich vor, 3.600 MSCI All Countries Anteile, wenn die permanent gekauft werden müssten. Oh, jetzt weiß ich, was ich vergesse, einen wichtigen Punkt vergesse ich, ich schreibe mal auf. Also wenn die permanent gekauft werden müssten, dann wäre das ganz schön teuer. Sprich, da optimiert man dann besser. Und es gibt auch Wertpapiere, die kann man gar nicht kaufen, leicht als ausländischer ETF-Anbieter zum Beispiel, vietnamesische Aktien oder türkische Aktien gibt es auch ein Problem. Und da sozusagen gibt es nur die dritte Variante, das geht dann über Swaps, also über so Tauschgeschäfte, also sozusagen ein Differenzgeschäft mit einem dritten, das ist der Kontrahent und der wiederum gewährt, dass der Index direkt abgebildet wird. Risiko, jetzt sind wir bei dem Wort Kontrahentenrisiko, das war eine Weile ganz schön in der Diskussion, der kann natürlich ausfallen, also insolvent gehen, wegfallen aus irgendeinem Grund. Risiko ist begrenzt, also möchte ich jetzt auch gar nicht lange diskutieren, das ist meiner Ansicht nach eher so ein emotionales Thema. Gucken Sie mal, ob es den ETF, den Sie haben wollen, ob es den in beiden Formen gibt, also gibt es den als Swap-basierten, gibt es den Vollreplizieren, nehmen Sie das, womit Sie sich besser fühlen, manchmal gibt es nur Swaps. Aber es ist tatsächlich eher ein emotionales Thema als ein tatsächliches. Und jetzt nochmal zu dem Punkt zurück, weshalb ich das vorher mit dem Thesaurieren, dem Ausschütteln, den Preisen eigentlich erklären wollte. In diesen Topf fließen natürlich diese ganzen Gewinne, die der ETF macht, rein. Und deswegen steigt quasi der Wert Ihres Anteils, das steigt mit den Einnahmen des ETFs. Wenn der Wertpapiere verleiht, jetzt sind wir beim nächsten Punkt, Wertpapierleihe, werden wir nämlich auch immer gefragt, das machen die, die haben dann ganz viele Aktien, dann verleihen die die an Short-Seller. Dafür kriegen die Geld, das fließt da rein. Ja, das kann man sich einfach so vorstellen. Also wir sind jetzt bei Schritt 6. Wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne einen voll replizierenden MSCI World, habe ich dann irgendwie nur noch 12. Tatsächlich so ist es. Oder 10. Es wird 7 mit oder ohne Wechselkursabsicherung. Und jetzt sind wir schon quasi ganz runter auf den Boden gekommen. Das bedeutet, stellen Sie sich vor, Sie kaufen jetzt den S&P 500 ETF, da sind 500 Aktien drin aus den USA. Die werden natürlich in Dollar gehandelt. An deren Preis fällt und steigt tatsächlich nach der Börse da. Und für Sie zusätzlich aber noch mit dem Euro-Dollar-Verhältnis. Das zu Ihren Grunsten oder zu Ihren Ungunsten. Das macht nichts weiter, als zusätzlich noch so Volatilität reinbringen in das ganze Volatilität. Das sind ja die Kursschwankungen, also die Intensität der Kursschwankungen. Und diese Wechselkurseffekte bringen noch mehr Volatilität rein. Da schwankt das noch ein bisschen stärker, weil der Wechselkurs auch schwankt. Ganz langfristig hebt sich das auf. Also volkswirtschaftliche Mechanismen dahinter hebt sich wirklich langfristig auf. Außer Sie machen sowas wie venezuelanische Bolivar oder argentinische Peso. Klar, anderes Thema, aber wir reden jetzt über gängige Währungen. Oder MSCI World, gängige Währungen, da sind alle Währungen drin von allen Ländern, die im MSCI World sind. Da wird aber in Dollar gerechnet. Sprich, Sie haben dazu noch das Dollarverhältnis als Punkt. Dollar, Euro, weil Sie denken in Euro. Den gibt es jetzt gehedged. Das kann man dagegen tun. Also währungsgesichert, das will das Wort Hedge sagen. Währungsgesichert heißt, der Emittent minimiert diese Wechselkurseffekte. Das ist kein Nachteil. Das pflegt sich minimal in den Gebühren nieder, aber die Gebühren, die Sie sehen, die Gesamtkosten, das sind die Gebühren, da ist das drin, wenn Sie das machen. Am Namen kann man das erkennen, wenn da Euro drinsteht. Namen sage ich öfter vielleicht noch was. Oder Hedged oder so. Also Schritt sieben. Sie wollen dieses Dollar-Euro-Risiko nicht. Sind wir jetzt bei noch weniger. Das habe ich jetzt mal hier, weil ich Schiss hatte, dass die Bandbreite wieder nicht reicht, um Ihnen das in live zu zeigen. Wir können es aber nachher mal ausprobieren, aber ganz, ganz anschluss. Das ist die Suche bei Börse-Frankfurt.de. Die funktioniert genauso wie andere Suchen auch. Bei JustETF hat eine gute, ExtraETF hat eine gute, bei ihrer Brokerbank eine Randbemerkung. Die haben meistens auch noch einen Emittenten. Die haben da ein gewisses Interesse, dass bestimmte Produkte, an einer anderen Stelle gefunden werden als andere. Vorsichtig formuliert. Also ich würde immer mal so ein neutrales Portal nehmen. Und da habe ich jetzt eingegeben, Aktien vorhin, global heißt weltweit. Und dann habe ich weiter nichts gemacht. Und dann habe ich gesagt, alle. Und dann sieht man da unten, sind nur noch sechs Stück, die es da gibt, tatsächlich weltweit. Es gibt, wenn Sie das jetzt so machen, ach, ich habe unten Indizes angegeben. Genau, warum habe ich das getan? Weil es gibt auch sehr viele Branchenindizes, die weltweit sind. Und die meisten Websites, auch unsere leider noch. Da arbeiten wir dran, das besser zu machen. Werfen dann auch noch so Immobilien weltweit aus. Und das wollen Sie ja nicht. Ich wollte jetzt in dem Fall wirklich global, alle Branchen, keine Einschränkung. Bei den anderen Suchen, die ich vorhin genannt habe, können Sie oben sowas angeben. Da sagen Sie dann, ohne Strategie oder ohne Branche. Dann haben Sie tatsächlich so dieses ganz breit gestreut. Also, wir sind jetzt hier bei sechs. Und da sind sie auch. Mehr gibt es nicht. Das ist, ah ja, genau. Und ich habe All-Countries auch noch genommen. Nicht die Variante MSCI World. Der MSCI World, das sind nur Industrieländer. Da haben Sie ein Gewicht von, ich meine, 60 Prozent USA. Bei diesen All-Country-Indizes, da gibt es zwei relevante. Der FTSE All World und der MSCI All-Countries. Da haben Sie auch die Schwellenländer drin. Und das sind dann, USA hat da, glaube ich, immer noch 30, 40 Prozent. Ich weiß im Moment nicht genau. Aber jedenfalls, das sind dann noch diese sechs Stück. Jetzt beim MSCI World, also wenn ich diese Schwellenländer-Beimischung, wenn ich die rausgelassen hätte, dann wären es noch so 21 gewesen. Ganz kurz, Edda, zur Klärung. Sonst kann man hier nicht mehr folgen. Und FTSE, was ist das? Ach, FTSE ist auch ein Indexanbieter. Vielleicht sage ich noch mal was kurz zu den Protagonisten in diesem ganzen Geschäft. Es gibt Emittenten, die bieten diese ETFs an. Da gibt es ja die Depotbanken, aber über die reden wir jetzt nicht weiter. Und dann gibt es noch den Indexanbieter. Und die haben auch nichts miteinander zu tun. Also der Indexanbieter, dessen Geschäft ist es einfach, Indexindizes zu berechnen. Wie wir auch mit dem DAX oder das Tochter Contigo inzwischen. Oder der MSCI, das ist Morgan Stanley. Das CI habe ich schon wieder vergessen. I, sicherlich Indices. Und FTSE ist auch einfach ein Indexanbieter. Und die verdienen das Geld, also das Geschäft dieser Indexberechner, ist, dass sie Lizenzgebühren kriegen. Also Vanguard zahlt an FTSE Geld dafür, dass Vanguard diesen ETF auflegt und sagt, der folgt dem FTSE All World. Die Emittenten haben nichts. Wir sind jetzt hier bei den klassischen ETFs. Ja, das möchte ich auch noch mal einschränken. In den klassischen ETFs haben die Emittenten auch nichts mit dem Index zu tun. Die sagen auch nicht, jetzt mach doch mal bitte das da rein oder so. Das sind, nee, wir sind klassisch. Also Vanguard ist der Emittent und FTSE ist in dem Augenblick der Indexanbieter. Da jetzt nur die beiden haben, da gibt es auch Unbekannte. Solactive ist eine Neukommling, Neukommling, Neu- und Vorkommling, Newcomer, ich wollte ein neues Wort dafür, hier im deutschen Markt, der vor allen Dingen so Themen, ETFs und so bringt. Also das müssen Sie auch nicht unbedingt kennen. Stocks hießen die von uns früher. Also diese sechs habe ich jetzt noch. Auf der Maske vorher stand, was von Active ETF. Da wurde auch gefragt. Ja, das wollte ich jetzt mal so unter den Tisch fallen lassen. Das ist so eine Spezialität. Da gibt es, ich weiß gar nicht, wie viele haben wir? Vier? Weißt du es? Vier oder fünf? Das sind gar nicht so viele. Da ist einfach das Konzept, da steht schon noch so ein bisschen Management dahinter. Deswegen nennen die das Active ETFs. Die sind günstiger als klassische Publikumsfonds. Die werden gehandelt wie ETFs. Und das sind so quantitative Strategien, die dahinter liegen. Aber wir sind jetzt nicht bei diesem klassischen, ich nenne es jetzt mal plain vanilla, also Brot- und Butter-ETF, weshalb, was ETFs ja so einfach und so simpel macht. Deswegen wollte ich die jetzt hier mal unter den Tisch fallen lassen. Aber erklärt und klar kann ich sie, ja. Also, aber wir reden tatsächlich, weil wir reden ja über langfristige Vermögensaufbau mit einfachen, transparenten Instrumenten. Und das würde ich sagen, sind die dann nicht mehr so sehr wie die klassischen, einfachen ETFs. Da gibt es ja auch so Geschichten wie Smart Gita und so. Da könnten wir auch mal einen ganzen Abend drüber sprechen. Und da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter weg eben von diesem sehr einfachen und dadurch aber auch sehr überzeugenden Konzept. Namen, da gehen wir auch gleich nochmal zurück. Das ist jetzt leider nicht live, deswegen sieht man die ganze Länge dieser Namen nicht. Das geht man sonst mit einem Mouse over, also mit so einem Point, man drückt da drauf, dann sieht man es. Steht vorne immer der Emittent. In dem Fall jetzt hier in meinem Beispiel ist es X-Trackers. Das ist die jetzt zur DWS gehörende Deutsche Banktochter. Dann steht da der Indexname, eigentlich immer S&P 500. Und Usage ETF, das sind so regulatorische Hinweise. Also wenn da Usage ETF steht, heißt das, es ist nach europäischem Fondsrecht ein ETF, ein Fonds. Sondervermögen. OGA fießt das früher, das ist einfach nur so für Sie. Und wenn dann danach kommen so Merkmale, Anteilsscheinklasse ist so ein technischer Begriff aus der Branche. Das sind so Merkmale. DR heißt Direct Replication, also direkt replizierend. Der bildet es voll ab. Und der ist gehätscht. Und zwar Euro gegen S&P 500, in dem Fall Dollar. Also hat eine Währungssicherung Euro gegen Dollar drin. Und wenn ich jetzt nochmal hochgehe, da kann man es nicht, ich habe kein Mouse over, aber da ist auch Usage ETF, Usage ETF US-Dollar. Diese iShares All Country ist nicht gehätscht. Das sieht man hier direkt am Namen. Und je komplexer diese ETFs dann auch werden, umso mehr kann man da rauslesen. Weshalb das gut ist, weil wenn Sie so eine Liste haben und Sie haben schon alles, sind schon bei Schritt 8, dann gucken Sie mal. Dann sehen Sie schon am Namen, oh, das will ich aber nicht. Ja, das hilft einem so ein bisschen bei der Übersicht. Okay, also wir haben jetzt noch sechs. Ich habe mich jetzt mal hier fokussiert auf All Country, die zwei Indizes, die es gibt, die beiden großen. Tesauriert oder Schüttet aus. Das kann man auch übrigens am Namen sehen. ACC, Accumulating, heißt desaurierend. Ausschütten ist D, Distributing. Jetzt muss mir den noch aussuchen. Jetzt hätte ich, wenn wir ja jetzt einen Vortrag gehalten würden, würde ich Sie fragen, ist das jetzt einfach oder haben Sie noch ein paar Fragen? Ja, der eine oder andere findet das nicht einfach, deswegen gebe ich jetzt noch ein paar Tipps. Punkt 1, Gesamtkostenquote. Sie können ohne Probleme einfach den billigsten nehmen. Waren Sie ja beim Einkaufen auch. Warum nicht? Ja, dann können Sie Tests lesen. Jetzt gehen wir mal zurück. Ja, dann machen wir das doch mal hier so. Da sehe ich Kosten, Kosten, die stehen hier irgendwo laufende Kosten. Also wenn ich jetzt nach meinem Kostenpunkt gehen könnte, würde, würde ich mich für einen der Vanguards entscheiden. Holt die All World Usage ETF? Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, müsste ich jetzt reinschauen, wie die sich unterscheiden. Aber dann hätte ich schon mal zwei. Dann gucke ich noch, was der Unterschied ist zwischen den beiden. Warenka ist übrigens einer der größten Emittenten weltweit. Ich kenne mir in Deutschland noch nicht so. Die haben jetzt, glaube ich, 20 bei uns im Angebot. Erst seit letztem Jahr. Das ist die Firma von Jack John Bogle, die er gegründet hat. Das ist eine, na eine, nicht kooperative, wie heißt es? Fällt mir gleich ein. Genossenschaft. Keine Privatbank und auch keine umsonstige Bank. Und, also ich habe jetzt Gesamtkostenquote. Ich kann aber auch die anderen nehmen. Also wir reden jetzt hier über 0,4, 0,6. Also das ist wirklich jetzt nicht mehr so der Unterschied im Vergleich zum Aktivverwaltungsfonds mit 2,1. Und dann kann ich mir Tests durchlesen. Also es gibt ein paar Portale, wenn das jemand interessiert, melden. Es gibt ein paar Portale, die haben recht gut ETFs getestet, glaubwürdig. Dann, wir haben so ein ETF-Magazin, das wir alle drei Monate veröffentlicht. Das ist, wir finanzieren das nur mit. Also das ist so eine unabhängige Publikation. Die testen auch öfter ETFs. Die finde ich ganz gut auch, diese Tests. Und letzte Faktor, tatsächlich Größe des verwalteten Vermögens. Weil, die machen auch ab und zu mal zu. Und gar nicht so wenig. Also ich glaube, weil wir haben jetzt 1.500 noch. 5, 600 haben in den letzten 20 Jahren auch schon zugemacht. Das liegt dann daran, dass die zu klein bleiben. Dass sie sich nicht lohnen. Oder dass Konsolidierung in der Branche, dass die auch zusammengelegt werden. Aber sie können davon ausgehen, je größer das verwaltete Vermögen von so einem ETF, umso weniger, umso kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass die zumachen. Und man sagt so, in der Branche, ich zitiere jetzt einfach mal Konsens, 50 bis 100 Millionen, dann lohnt sich erst so ein ETF. Und wir gucken jetzt mal hier hinten. Das ist Assets under Management, also verwaltetes Vermögen, Geld im Topf. Vorletzte Spalte. Da haben wir bei dem Vanguard 3,38 Milliarden. 1,96 Milliarden bei dem Spider. Spider ist einer der ältesten ETFs. Das ist übrigens der Spider auf dem S&P 500. Das ist der größte weltweit. Das ist, ja, ich kann mir die Zahlen mal nicht merken. Unser halbes Bruttosozialprodukt steckt in dem ETF. So was in der Größenordnung. Ein paar Billionen. Oder? Vertue ich mich jetzt hier. Ich glaube, eine halbe Billion ist es auf jeden Fall. Aber man kann sich so große Zahlen irgendwann nicht mehr so gut merken. Und Sie sehen unten drunter, der ist auch noch recht groß. Also die hier sind alle echt groß. Aber es ist natürlich klar, je spezieller ein ETF ist, also je spezieller das Thema, dann gilt auch diese Regel manchmal nicht so. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich will jetzt investieren in rechtsträhende Milchsäure-Joghurt-Produzenten. Das ist klar, da ist nicht so viel drin. Oder nehmen Sie den Cannabis-ETF. Der ist auch noch ganz jung. Da ist natürlich auch noch nicht so viel drin. Weil, wenn Sie sich für den ETF entscheiden, der gefällt Ihnen total gut. Und da ist aber nicht so viel Geld investiert. Dann schauen Sie auch mal aufs Alter. Und überlegen Sie einfach, je spezieller das Thema, umso kleiner sind die auch. Aber wir reden ja über so Näherungskriterien. Und deswegen, Größe kann da ein Entscheidungskriterium sein. Was ich immer noch mache, ich lasse jetzt mal Tracking auch mal so weg. Das wird zu kompliziert und sprengt auch jetzt den Rahmen. Oh ja, ich merke, ich spreng den Rahmen. Ich komme auch gleich zum Ende. Und was ich immer noch mache, ich gehe auf die Website vom Emittenten. Weil da sehe ich die Zusammensetzung, auch manchmal als Torte und so. Und wenn mir das gefällt, dann kann ich mich einfach auch als Nase entscheiden. Dann noch drei Sätze zu Order mit geschicktem Zeitpunkt und Limit. Also Sie können ja der eine Sparplan. Andere Methode ist, eine Order aufzugeben. Und da sagen wir, kaufen Sie einen ETF immer mit Limit. Also machen Sie keinen Market Order. Market Order heißt zum Preis, was auch immer, billigst, bestens, verkaufen. Sondern sagen Sie, ich will so und so viel genau bezahlen. Das sprengt auch komplett jetzt den Rahmen, darauf einzugehen. Ich würde da auch ein bisschen, also wenn Sie das interessiert, dann machen wir auch gerne nochmal ein Verbind, oder? Machen wir nochmal ein Webinar dazu. Limit setzen und Order platzieren. Und tatsächlich gucken Sie auf die Liquidität, gucken Sie, wie hoch ist die Spanne. Machen Sie es am besten mittags, weil da ist am meisten los. Und wenn Sie einen US-ETF kaufen, gucken Sie, wenn die Börse in den USA offen ist, machen Sie das am Nachmittag. Also so Mittag bis Nachmittag. Dann machen Sie eigentlich nicht wirklich was falsch. Jetzt komme ich nochmal zu dem Thema direkte Börsenplätze. Klar, es gibt immer mehr so Direkthandel, Offerten, Sekundenhandel, Kostetnix, Free Trade, Gebührenaktion von Emittenten. Diese Börsenplätze, stellen Sie sich einfach vor, machen die das aus so, weil sie Spaß dran haben, aus reiner Menschenfreundlichkeit vermutlich nicht. Und das sollten Sie einfach im Hinterkopf haben. Und es ist in der Tat so, auch Banken bieten Ihnen, Broker, Ihr Depotbank bietet Ihnen immer gerne das oben an, wo Sie am meisten von haben. Nicht alle, aber einige. Und diese Börsenplätze jetzt, die verdienen jetzt gerade, nachdem vorhin gefragt wurde, ich glaube, es war Just Trade, aber die arbeiten alle so, die Neuen, die kriegen Geld von den Marktplätzen. Also die haben Börsenplätze, die da angeschlossen sind, oder außerbörsliche, sind manchmal Börsen, meistens nicht Börsen. Und die zahlen die dafür. Die zahlen sogenannte Kickbacks, das ist öffentlich. Das wird gesagt, das wird Ihnen auch ausgewiesen in Ihrer Kostenausstellung mit den letzten Regulierungen, mit für zwei, das muss gezeigt werden. Und da können Sie sich das mal anschauen. Dann zahlt dann der Marktplatz ein Euro für Ihren Trägen noch an die Plattform. Wird es einen Grund für geben, weil irgendwie muss der ja auch sein Geld verdienen. Und jetzt sind wir wieder bei den indirekten Kosten. Spann und Fairness der Preise. Aber alles Weitere hier an der Stelle sprengt den Rahmen. Gehen wir gerne mal anders zu ein. Und wir erzählen das auch nicht mal, wer jetzt die Börse sind, sondern weil das, ja, Sie können es ja selber nachprüfen einfach. Also, Sie wählen den Handelsplatz aus, Sie geben ein Limit ein und Sie platzieren Ihre Order zu den Haupthandelszeiten. Das ist wirklich wichtig. Lassen Sie die Finger von morgens und abends. Da sind einfach nur die Spannenden groß und die Preise sind komisch. Das lassen wir jetzt hier mal. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Lehnen Sie sich ganz entwandt zurück. Wir sind hier im Thema langfristige Geldanlage. Und es gibt ein paar Studien, die sagen, dass Anleger, Privatanleger im ersten Jahr eher Geld verlieren mit ETFs. Ja, im ersten Jahr. Warum? Weil sie versuchen, den Markt zu schlagen. Cool, ich habe es verstanden. Das ist so einfach. Fünf Euro pro Order rein, raus. Ja, dann sind da schon zehn. Aber ich habe es verstanden. Nein, es geht hier nicht um Market Timing. Und ich bin auch vorhin gefragt worden, also ich habe ja ein paar Fragen vorbereitet, ob man in den Bärenmarkt überhaupt einsteigen sollte. Ja, also wenn Sie sich entschieden haben, dass Sie langfristig Geld anlegen wollen und Sie wollen nicht den Markt teilen, nicht geschickter sein, indem Sie möglichst billigst kaufen, was die allerwenigsten von uns schaffen, dann können Sie es genauso gut auch jetzt machen. Es spricht sogar ein bisschen was dafür, weil Preise gerade gefallen sind. Jetzt schon wieder ein bisschen wieder hoch. Ja, also entspannt zurücklehnen, nur so viel reingucken, wie man es selber möchte und unbedingt muss. Das reicht auch völlig einmal im Jahr. Und Fabienne, vielleicht möchtest du vorstellen, es gibt eine ganze Menge Angebote, die wir noch haben, oder soll ich es gleich mitmachen? Sehr gerne. Moment, da bin ich wieder. Genau, ich bin gerade schön am Fragen beantworten. Sehr fleißig, das ist super. Da gehen wir gleich nochmal auf ein paar offengebliebene Fragen ein. Also vielen Dank dafür. Genau, wie gesagt, ich arbeite bei der Capital Markets Academy. Wir bieten online, was momentan natürlich hervorragend ist, gerade für das lange Osterwochenende, kostenlose Videos und E-Learnings zum Thema ETFs an. Die Folie ist verlinkt, wir schicken die nochmal zurück Ihnen zu. Bei academy.deutsche-börse.com digitales Lernen finden Sie diese kostenlose Programme. Wir bieten aber auch Präsenzseminare an und planen dies wieder ab Juni. Abendseminare für Privatanleger in Eschborn bei Frankfurt oder auch speziell mit Jessica Schwarzer und Claudia Müller und Edda Seminare für Frauen. Das Seminar im Mai mussten wir jetzt leider absagen. Auch das gibt es im Mai am 14.05. und 20.05. online. Also wenn Sie sich dafür interessieren, melden Sie sich gerne dafür an. Und für die etwas Fortgeschrittenen unter Ihnen bieten wir auch den Lehrgang zum zertifizierten ETF-Spezialisten an. So, sehr schön. Dann bin ich am Ende. Ich mache das mal klein, dann sehe ich mich auch wieder. Oder auch nicht, egal, aber ich sehe Ihre Fragen. Also einfach Fragen. Fabienne, was wollen wir noch beantworten? Genau, ja, es sind noch einige spannende Fragen offen geblieben. Zum einen haben wir hier die Frage, wer hat denn dann bei einem ETF das Stimmrecht auf einer Hauptversammlung? Ja, gute Frage. Das ist auch eine der Kritikpunkte, die ich heute auch mal weggelassen habe. Das Stimmrecht hatte in der Tat der Emittent und die nehmen das nur sehr passiv wahr, bis weniger, mehr oder weniger passiv. Also BlackRock hat sich da auch klar geäußert. Andere halten das ein bisschen anders. In der Tat, das Stimmrecht liegt beim ETF-Emittenten und die Industrie ist sich bewusst, dass sie da ein Thema hat, mit dem man sich beschäftigen muss. Wir sind jetzt hier in Deutschland mit dem Anteil an ETFs, wir sind 50 Prozent, meine ich. Das war letzte Zeit, die ich gehört habe, des Vermögens in Aktienunternehmen liegen in ETFs, also 5, 10. Das ist jetzt noch nicht so. Anders als in den USA, da ist inzwischen übrigens über 50 Prozent, so knapp drüber. ist das ein anderes Thema. Aber die sind sich bewusst und die müssen sich damit auseinandersetzen, weil die Hauptversammlung ist ja das Steuerinstrument für börsennotierte Unternehmen und so eine Sache setzt das dann auch ein bisschen außer Kraft. Vielen Dank. Genau, dann gab es noch eine Frage zum Thema Handelsplatz. Cetra, Frankfurt oder Tradegate? Ja, Werbepause an. Ja, Werbepause an. Machen wir mal so. Werbepause an. Cetra ist definitiv der allergrößte Marktplatz europaweit. Und schauen Sie sich einfach die Preise an. Damit will ich nicht sagen, dass Tradegate schlechte Preise macht, aber das ist einfach so, da sitzt einer und guckt, was kostet der ETF gerade auf Cetra und dann macht er Ihnen ein Preisangebot. Und das sollten Sie sich auf jeden Fall, Sie sollten auf jeden Fall, Sie kriegen diesen Code, Geldbriefseite, den lassen Sie sich anzeigen in Echtzeit, vergleichen die einfach miteinander und dann werden Sie feststellen, dass insbesondere in Randzeiten tatsächlich Cetra immer noch die liquideren Preise hat, die enger und spannen. Aber probieren Sie es aus, Werbepause aus. Genau, das führt mich da zur nächsten Frage. Das Thema hatten wir vorhin schon angesprochen, Thema Trade Republic und kostenlose ETF-Sparpläne. Ja, also ich hoffe, ich hatte die vorhin ausführlich beantwortet. Also gerade auch die kostenlosen ETF-Sparpläne, da muss man einfach zu wissen, wenn die von den Emittenten kommen, dann sind das Werbemaßnahmen. Das ist so wie, was weiß ich, stellen Sie sich vor, das ist wie der Stromanbieter. Sie wechseln jetzt den Stromanbieter, dann haben Sie Preise für das erste Jahr, die sind andere Preise als das zweite und das dritte Jahr. Und das ist ähnlich in diesem System mit den ETF-Anbietern, also deren Sparpläne, wenn Sie natürlich sagen, ich will das ausprobieren, das hatte ich vorhin so gesagt, also ich meine das auch so, wenn man sich jedes Jahr mit seinem Strompreis beschäftigen will, gut, das kann man tun, wenn man das nicht möchte, weil man eher so seine Ruhe haben sollte, dann sollte man nicht auf diese, dann sollte man einfach diese kostenlosen, periodischen Angebote einfach mal aus der Acht lassen. und dann grundsätzlich alles, was kostenlos ist, da wird irgendwo anders, also jetzt nicht bei den Sparplänen, das kommt ja dann von den Anbietern, aber die Anbieter, übrigens die Anbieter, die zahlen den Discountbanken dafür Geld, dass die deren kostenlose Sparpläne anbieten, das in allermeisten Fällen. Also das einfach nur mal im Hinterkopf haben, das ist ein riesiger Wettbewerb, der da herrscht. Natürlich, Sie zahlen an der Börse, zahlen Sie jetzt einen Ticken mehr, das ist klar, aber dafür haben Sie auch ein bisschen mehr Service, Sie haben auch ein Orderbuch im Fall von Xetra, da können Sie sich das auch alles genau angucken, Sie haben Transparent und Sie haben eine Handelsüberwachungstelle. Dann kommen wir nochmal zu den Kosten, was natürlich für die meisten Anleger die relevanteste Frage ist, wo werden die Gebühren denn abgerechnet und abgebucht? Wie funktioniert das? Die fließen, also die Verwaltungsgebühren oder die Gesamtkostenquote, wie man das nennt, die fließen aus dem Portfolio raus, also das muss man sich wirklich so vorstellen wie so ein Topf, deswegen habe ich das vorhin so ausführlich erklärt, da fließen alle Gewinne rein und da fließen alle Kosten raus und der Preis, der Wert ihres Anteils entsteht ja aus dem gesamten Topf und dadurch, es geht einfach weg, es ist nicht so, dass am Ende des Jahres eine Rechnung kommt für 0,39 Prozent, sondern das geht direkt von der Performance ab und deswegen kann man auch Indizes und ETFs nicht so gut vergleichen, weil zum einen muss man immer im Kopf haben, habe ich jetzt hier einen Preisindex oder einen Performanceindex, also Dividenden raus, Dividenden rein, schüttet meine aus oder zesauriert meine, das sind so Faktoren und das andere ist tatsächlich, dass ja die Gebühren rausgehen und andere Sachen reingehen und deswegen je länger der Zeitraum, umso mehr weichen natürlich auch an der Stelle die Entwicklungen von ETFs und die von den Indizes, die sie folgen, voneinander ab. Sehr schön. Dann gibt es noch die Frage, was bedeutet das, wenn ein ETF zu macht? Das hattest du vorhin kurz angedeutet. Könntest du das noch mal ein bisschen ausführen? Ja, da gibt es zwei Varianten. Das eine ist, sie kriegen einfach ihr Geld, also nicht das, was sie eingezahlt haben, oh Gott, ja, habe ich auch schon gehört, nee, nee, das, was es in dem Augenblick wert ist, also sie haben da quasi keinen Wertverlust, weil sie könnten ja auch faktisch verkaufen. Sie kriegen einfach ihr Geld zurück zum Netto-Inventarwert, das ist der Wert von diesem Topf für ihren Anteil oder aber die werden zusammengelegt, das heißt, man macht aus einem zwei und dann ändern sich manchmal die Bedingungen, also es wird auch gerne mal ein thesaurierter mit einem Ausschüttenden zusammengelegt und dann gibt es nur noch einen Ausschüttenden. Aber das ist wie gesagt nicht von Nachteil, das Einzige ist, sie müssen neu anlegen, sie müssen neu nachdenken und sie müssen es versteuern und beim Anlegen, wenn sie kaufen, haben sie in dem Augenblick auch noch die Kaufgebühr. Danke. Sie halten noch gut durch, freut uns natürlich sehr. Hier ist noch die Frage nach dem perfekten Anlagehorizont, 15 oder 15 Jahre? Ja, das hängt 100 Prozent davon ab, was man selber jetzt so vor sich hat. Da möchte ich jetzt jemanden zitieren von letzter Woche, da waren wir bei so einem ziemlich witzigen Afterwork, Fabienne war auch dabei, deswegen sage ich, wir waren digital bei einem Afterwork und da hat in der Tat eine Frau gefragt, sie wäre jetzt 70 und ob sie sich jetzt noch Aktien kaufen sollte und Fahrplan. Und da muss man sich immer vorstellen, man muss einfach so rangehen, perfekte Anlagezeitraum gibt es nicht. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass wir 10, 12, 13 Jahre wirklich extreme Kursverluste aussitzen können. Wenn ich das als Anlagehorizont habe, wenn ich jetzt 70 bin und ich rechne damit, dass ich 100 bin, ich rechne auch mit 100, dann habe ich immer noch 30 Jahre, dann kann ich immer noch 20 Jahre lang Aktienvermögen aufbauen und 10 Jahre lang ausgeben. Ganz einfach. Dann nochmal zum Thema Diversifikation. Wie viele ETFs im Depot machen Sinn? Ja, das ist jetzt für mich, ja, oder ich versuche es zu vereinfachen, ja. Also wir sagen an der Stelle mal, wir machen auf gar keinen Fall Anlageberatung, wir erklären einfach nur. Es gibt Konzepte, die sagen, dass man mit zwei bis drei ETFs ein Weltportfolio aufbauen kann und gut ist. Und das würde ich durchaus ernst nehmen. So was kann man sich auch anschauen. Die Anzahl der ETFs, ich glaube, dass da dasselbe gilt, was auch so bei Aktien auch Konsens, aber ich finde das auch richtig. Man kann sich nicht wirklich mehr als fünf, kann man nicht beobachten. Das wird dann schwierig. Ja, und deswegen gucken, dass man nicht zu viele hat. Das sollten auch nicht zu wenige sein. Das hängt auch ganz stark von der Streuung ab. Also wenn Sie jetzt sagen, ich habe jetzt nur ein Automobilsektor ETF und ein Flugzeugsektor ETF, dann sind Sie nicht so gestreut, dann ist zwei definitiv nicht genug. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Wie breit ist es gestreut? Schauen Sie sich so Torten an. Es gibt inzwischen Websites, auch wir haben das bald, da können Sie ETFs und andere Sachen in Ihr Musterportfolio reinlegen und dann können Sie gucken, wie viele Branchen habe ich, was für Branchen habe ich irgendwo klubben? Ist das gefährlich? Und daran entscheidet sich so ein bisschen die Zahl. Also zwei, drei durchaus ausreichend. Zwei finde ich auch ein guter Anfang. Und das andere, der Drittpunkt, den finde ich auch nicht so unwichtig, soll auch ein bisschen Spaß machen. Ja, also ein Freund von mir, da habe ich da langsüber gesprochen und dann sagt die, das ist so vernünftig, das ist so langweilig. Fünf Prozent mache ich was, von dem ich glaube, dass es super ist, aber riskant. So, und dann hat man natürlich dann noch einen zusätzlichen. Also Vermögensaufbau, das nennt man auch Core Satellite. Also Core, ich habe meinen vernünftigen Vermögensaufbau und irgendwas, eine Summe, mit der ich mir überlege, dass ich da mehr Risiko fahren kann, riskanter agieren kann, riskanter auf Risiko mache. Und da kann ich dann auch noch einen dritten und einen vierten oder einen fünften, was auch immer, mich realisieren. Da kann man auch, das sagt der Jessica Schwarzer immer, die Louis Vuitton, Mö, Hennessey Aktie kaufen. Oder ein IT Security ETF. Gut, dann noch ganz kurz nochmal zusammenfassend, Unterschied zwischen Performance und Preisindex. Performance-Indizes haben immer die Ausschüttungen der Werte im Index drin. Also das ist jetzt Dividenden bei Unternehmen, Zinsen bei Anleihen, bei Rohstoffen gibt es die nicht. Also immer im Kopf haben, Gold zahlt keine Zinsen und keine Dividenden, aber die anderen haben die mit drin. Und der Preisindex hat wirklich nur die pure Abbildung vom Preis. Also legen Sie mal den DAX Performance Index, den klassischen DAX, auf den DAX Kursindex. Und dann kriegen Sie einen Schreck. Also Kursindex ist das andere Wort für Preisindex. Da sehen Sie, was die Dividenden ausgemacht haben über die letzten 20 Jahre. Kannst du nochmal sagen, wo wir die ETF-Tests finden? Ich schicke die mit. Super, vielen Dank. In der Mail mit der Aufzeichnung von diesem Webinar schicke ich ein paar Links mit. Das sind so ein bisschen exotischere Seiten. Schauen Sie sich das einfach mal an. Zum Thema nachhaltige ETFs möchte ich gleich ein bisschen Werbung machen. Da kam eine Frage. Genau. Wir haben am 20. April die wunderbare Claudia Müller, eine Referentin von uns, eingeladen. Die wird zum Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Investieren sprechen. Wir bieten jeden Montag um 12 Uhr, jetzt in der Homeoffice-Zeit, ein Webinar-Format gemeinsam an. Das nennt sich Börse at Home. Also da sind Sie recht herzlich eingeladen. Finden Sie unter börse-frankfurt.de Webinare. Können Sie sich gerne anmelden, beziehungsweise die Seite mit den Links bekommen Sie auch von Edda zugeschickt. Genau. Und wir, Fabienne und ich, machen dann in der Woche nochmal eine Abendsitzung wie heute, ausführliche. Da gehen wir auch nochmal intensiver auf die verschiedenen ETFs ein und wie man das finden kann. Das ist gar nicht so unkompliziert. Ich habe vorhin auch eine Frage im Vorfeld bekommen. Wie kann man die unterscheiden? Also wir können einfach nur ein paar Tipps geben, wie man so ein bisschen rauskriegen kann, was da tatsächlich drin ist, welches Konzept verfolgt wird. Also das, was wir heute gemacht haben, nochmal sehr verkürzt, diesen allgemeinen Teil, fokussiert auf die Merkmale von Nachhaltigkeits-ETS. Genau. Und dann gab es noch hier Anregungen zu einem weiteren Order setzen, Limit setzen, Webinar. Auch das hatten wir in der Reihe Börse at Home letzte Woche. Da finden Sie auch die Aufzeichnung auf der Webseite börse-frankfurt.de. Also da können Sie schon mal reinschauen. Und nichtsdestotrotz könnten wir das auch nochmal als längere Abendsession in der Zukunft ermieten. Genauso wie spannend ist ja auch das Thema ETF-Anleihen. Da hatten wir noch eine Frage. Entsprechend dem MSCI World, gibt es so bekannte ETF-Anleihen? Ja, die gibt es. Das sind, ich habe jetzt die Namen von den Indizes nicht im Kopf. Übrigens Anleihen ist das am stärksten wachsende Gebiet der ETFs. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir die ETFs deutlich besser kaufen und verkaufen können, als die eigentlichen Anleihen, die da drin sind. Das hat auch damit zu tun, dass es da keine Mindestanlagesummen gibt. Und das ist eine abendfüllende Veranstaltung. Und das machen wir gerne. Also ich finde Anleihen sexy. Auch im Moment. und da spreche ich auch gerne drüber, weil ich wirklich finde, Anleihen gehören in jedes Depot. Und diese Indizes, die haben so skurrile Namen wie World, Aggregate. Ich kann auch in der Mail, ich schreibe mir das gleich mal auf, ich kann auch in der Mail nochmal einen Link von einer ausgeführten Suche mitschicken, wo einfach solche global gestreuten Anleihen ETFs drin sind. Da gibt es ein paar, einige. Also sowohl für Unternehmensanleihen als auch für Staatsanleihen, als auch für Schwellenländerstaatsanleihen, als auch für, übrigens gibt es auch so Misch-ETFs, Aggregate. Da sind dann alles, da ist dann alles drin. Ich kann mir immer die Namen von diesen Anleihen-ETFs, äh, Indizes nicht merken. Sehr gut. Dann gibt es noch die Frage, sind ETF-Mischfonds sinnvoll oder sind sie zu teuer? Das sind jetzt Dachfonds, da sind die wenigsten erfolgreich übrigens, so mal am Rande, zumindest was ich zuletzt darüber gelesen habe. Das ist natürlich, sie zahlen Gebühren für den ETF und dann zahlen sie nochmal Gebühren für den Dachfonds. Die haben einfach ein Problem der Kosten. Und das ist der Erfolg, das war ja, wenn sie da vorhin dabei waren, warum sind aktiv Verwaltete-Fonds oft schlechter als passiv Verwaltete, hat einfach mit den Kosten zu tun. Das schlägt natürlich hier auch zu. Und bei einigen Dach-ETF-Fonds, die heißen dann zwar Dachfonds, aber im Grunde ist es aktives Management. Nicht bei allen, aber bei einigen. Ich muss Ihnen ja ein wahnsinniges Kompliment machen. Sie sind fast alle noch da geblieben. Die Fragerunde ist ganz schön. Erda, du hattest ja auch mal vorgeschlagen, ein Webinar nur mit Fragerunden zu machen. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn. Dann gibt es jetzt noch eine lange Frage. Ich lese vor, ja? Ja. Wenn ich beispielsweise bei OnVista verschiedene ETFs, aber alle mit dem gleichen Index über mehrere Jahre vergleiche, kommen teilweise externe, extreme Gewinnunterschiede zustande. Manchmal mit dem doppelten Gewinn. Wie kann das sein? Ja, da gibt es von, und das ist das, was ich mit schicke, es gibt vom Fair Value, hui, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Es gibt ein journalistisches Website, die hat das auch mal gemacht und hat festgestellt, dass nach neun Jahren die Unterschiede bei 10.000 Euro investiertem Geld im erheblichen Bereich lagen. So was in der Art. Das hat tatsächlich mit dem Geschick zu tun, wie der ETF verwaltet wird. Also wie geschickt handelt der? Man kann, also Sie, Berne ist ein DAX, Sie sind Anbieter von dem DAX ETF. Ich versuche es nur kurz zu erklären. Und dann wissen Sie, der DAX wird angepasst. Und dann müssen Sie ja die Werte, die Sie, der aus dem DAX, von den Aktien, die aus dem DAX rausfliegen, müssen Sie verkaufen. Und die neu müssen Sie kaufen. Und das kann man besser oder schlechter machen. Dann Wertpapierleihe ist durchaus ein Effekt, also dass Sie die Aktien verleihen. Also es sind so ein paar Sachen, vor allen Dingen Handelsgeschick gilt und Steueroptimierung. Und wir reden jetzt nicht über was Illegales. Gilt auch noch so als Faktor, warum da Performance-Unterschiede sind. Deswegen habe ich vorhin wirklich so lange erklärt, wie die Preise entstehen. Weil klar, der Wert von Ihrem ETF steigt mit der Größe des Geldes im Topf. Und je mehr der ETF selber schafft, da zu erwirtschaften, umso höher ist dann der Wert. Und das macht einen Unterschied. Aber das ist so kompliziert, das wollte ich jetzt hier nicht ausführlicher beschreiben. Das hätte den Rahmen jetzt hier definitiv gesprengt. Aber ich schicke das mit zu dieser Website. Super. Hier kommen viele, viele Dankes, Grüße. Auf jeden Fall freut uns natürlich auch, dass Sie das Webinar loben und dass es Ihnen so gut gefällt. Die allerletzte Frage für heute würde ich jetzt einführen. Kosten von Hedging zum Abschluss. Minimal. Also wenn Sie jetzt mal vergleichen, ich habe jetzt auch nichts im Kopf, gucken Sie sich bei so einer Suche mal einen Gehagten oder einen Nicht-Gehagten an. Das erkennen Sie entweder am Namen oder Sie geben in der Suchfunktion ein, währungsgesichert oder nicht. Oder aber Sie sehen, Fonds Währung, da sehen Sie das auch. Und da vergleichen Sie einfach mal und da sehen Sie, dass in der Regel die Gehagten 0,0 teurer sind. Also so ein bisschen schon, aber nicht viel. Das ist wirklich minimal. Super. Vielen Dank. Wir haben noch eine Umfrage für die noch Dagebliebenen. Dokumentiertes Feedback ist natürlich auch schön für uns zu wissen, wie Ihnen die Veranstaltung gefallen hat. Wir sehen es hier in den Kommentaren. Vielen Dank. Ja, auch schöne Ostern an Sie. Bleiben Sie noch ganz kurz da, um abzustimmen. Die Frage ist, wie Ihnen das Webinar gefallen? Sehr gut, gut. Okay, geht so. Also wir haben das schlecht mal weggelassen, weil wir davon ausgehen, dass schlecht wäre nicht mehr da. Also wir machen das jetzt am Schluss. Gut. Wirklich mal. Fabienne, das ist ein schöner Abschluss zu Ostern. Auf jeden Fall. Schönes Ostergeschenk. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, Dienstag wieder zum Thema Gold bei unserer Webinar-Reihe Börse at Home. Da haben wir einen sehr interessanten Referenten eingeladen. Oder für alle Damen, die möchten, am Mittwoch 19.30 Uhr haben wir ein Online-Afterwork geplant mit Jessica Schwarzer und Claudia Müller, die über ihre Erfahrungen als Börsenbuchautorinnen sprechen und entsprechend auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also würden wir uns freuen, wenn Sie da dabei wären. Die Anmeldung finden Sie unter börse-frankfurt.de slash Webinare oder auch in der nachgängigen Mail von Edda Kopt. Danke, Edda. War super spannend. Lang, aber schön, dass Sie alle durchgehalten haben. War kurzweilig. Danke Ihnen. Schönen Abend. Schöne Ostern. Und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Vielen Dank. Kost öfter Jahre Jahre Jahren Jahre 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 Untertitelung des ZDF, 2020